Ja, jetzt wird's schnell geht's, dann ist Platz da und dann ist der Dreh ein Tor für Nürnberg. Und richtig gut gemacht von Timo Walter, eiskalt vollstreckt. Bailey hat da ganz viel Eisfläche vor sich, hat Whitney noch bei sich, versucht dann selber und macht den Treffer im Fallen. Bailey, was ist hier los? Und dann guckt er einmal und dann schießt er trotzdem ins lange Eck hinein. Rebound, Chance und Tor! Und dann findet er doch noch eine Lücke. Matt White, das ist natürlich ein brutaler Schuss. Guter Vorcheck, jetzt die Möglichkeit da, jetzt die Möglichkeit da und das Tor, Jeremy Williams. Oh, Williams, ganz abgeklärt. Luke Adam, verzögert Adam. Und den macht er. Da ist er schon fast stehen geblieben. Und dann ein bisschen Puck getätschelt und einmal rum. Das ist das in Norden, Platz sieben, aber tatsächlich der Ausgleich. Arthur Thianulin. Der Mann aus Kazan mit den feinen Händen schlägt zum ersten Mal zu. Schuss von der blauen Linie von Geibel. Nachschussmöglichkeit. Da unten wird schon teilweise gejubelt. Keller holt er den da mit der Fanghand raus. Das ist ja sensationell. Der Mann Schoenberger hinter dem Tor wird gearbeitet und jetzt fehlt Poggi. Tiffels mit einem überragenden Safe an dieser Stelle. Mein lieber Mann. Nächster Schuss. Tor! Mit der Rückhand. Super Bowl von Sebastian Feuchner. Rückwärts gefahren. Mit zwei Kontakten. Genau unter die Latte. Fein. Auf der anderen Seite. Weil eben auch Ingolstadt unheimlich aktiv ist in der eigenen Zone. Schöne Tor! Kaum sag ich's. Und da gehen die Hände hoch. Ryan O'Connor aus dem eigenen Drittel. Er geht, er zieht, er geht vorbei. Und das ist einfach Showtime Ryan O'Connor. bis zum nächsten Mal. Ssćgje Dima